Hallihalöle, hier haben wir wieder bei Reflection mit eurem Checklist Rippchen mit GM Terra und GM Timmy. So lange 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 kam kein Video von mir oder von uns. Heute ist es mal wieder soweit und ich hoffe, dass ihr bei diesem Video ganz viel Spaß habt und wenn ihr Lust habt auf dem Server zu spielen könnt ihr mich in Skype adden. Ich erstelle euch dann an Account und jetzt gebe ich das Wort weiter an unseren Timmy. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem PvP Event, was wir heute gestartet hatten. Und dann sage ich mal let's go! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.